Sollten Sie das Gefühl haben, dass Ihre Tür nicht richtig schließt oder im Schloss wackelt, können Sie dies folgendermaßen beheben. Wenn Sie Ihre Haustüre öffnen, sehen Sie am Rahmen die sogenannte Schließleiste und deren Schließteile. Lösen Sie zunächst die Schrauben des mittleren Schließteils. Schieben Sie dann die Falle nach außen, um den Anpressdruck zu erhöhen und ziehen Sie die Schrauben wieder fest. Sollte die Tür nun gar nicht mehr schließen, müssen Sie den Anpressdruck wieder verringern, indem Sie die Falle einen Raster nach innen schieben. Drehen Sie die Schrauben wieder fest und überprüfen Sie die Einstellung. Diesen Vorgang können Sie nun an den anderen Fallen wiederholen. Zuerst an der oberen, dann an der unteren. Nun sollte die Tür wieder sauber schließen. Ein kleiner Tipp, mit etwas Öl auf der Falle schließt die Tür leichter.